Ja, manchmal muss man sich im Leben entscheiden und der Handball passt sich dem Leben an und wir treffen uns zum Entscheidungsspiel. Damit herzlich willkommen zu einer Nennensendung von Sport in Schwerin hier aus der Reifebahn-Sporthalle. B-Jugend-Entscheidungsspiel SV Grünweiß Schwerin, Tabellenführer, empfängt heute den ärgsten Verfolger Neubrandenburg. Und gleich die Frage an die Gäste, wie geht man so ein entscheidendes Spiel an? Worauf wird es heute ankommen? Offensiv. Auf der einen Seite wollen wir heute gewinnen, ganz klar. Das ist unsere Zielsetzung. Dafür wollen wir alles geben und da bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als richtig Gas zu geben hier über 50 Minuten. Ja, wie optimistisch seid ihr da? Das erste Spiel hier in Schwerin, ihr spielt ja zweimal die komplette Runde. Habt ihr abgegeben, in Neubrandenburg unentschieden gespielt, also leichte Vorteile in Schwerin? Naja, könnte man meinen, ja. Das ist Schwerin, klar, Heimspiel. Wir haben aber unsere Fans mitgebracht. Ich denke, dass sie uns lautstark unterstützen werden und wollen eben dadurch auch versuchen, letztendlich dieses Spiel hier zu gewinnen. Ja, dasselbe für Schwerin. Angeblich leichter Vorteil zu Hause. Ein Punkt vor in der Tabelle unentschieden würde quasi reichen, um die Landesmeisterschaft vorzeitig hier nach Schwerin zu holen. Wie geht ihr das Spiel an? Naja, diese vermeintliche leichtere Ausgangsposition kann durchaus auch ein kleiner Rucksack sein, der auf den Mädels lastet. Deswegen machen wir auch keine gedanklichen und sportlichen Spielereien, wie ein Punkt reicht oder so. Das, was mein Kollege eben sagte, offensiv und wir wollen gewinnen, gilt genauso auch für uns. Denn die Spieler haben ja durchaus gezeigt, auch das angesprochene Unentschieden. Das hätte jeweils kippen können und deswegen heißt das hier ein offenes Spiel. Landesmeisterschaft ist erstmal nicht im vordergründigen Kopf, sondern wir wollen das Spiel gewinnen und gucken dann einfach mal, was da hinten rauskommt. Ja, wie gut tut da das Unentschieden hier zu Hause gegen Warnemünde? Ja, naja, wie gut. Warnemünde war bis in dieser Woche für uns, äh, in dieser Woche, in diesem Jahr für uns beide so ein kleiner Stolperstein. Für die Neubrandenburger natürlich ein etwas größerer Mal sehen. Vielleicht ist es tatsächlich der entscheidende Punkt in dieser Meisterschaft. Ah, es tat schon weh, das war schon blöd. Aber es war zu erklären. Also, na gut, Schwamm drüber, ist alles vergessen. Ja, wie hat man sich jetzt auf dieses Spiel vorbereitet? Gab es da spezielle Vorbereitungen? Hat man sich Schwerin angeguckt und gesagt, okay, auf das müssen wir achten? Ja, das haben wir schon gemacht. Wir kennen uns ja eigentlich recht gut. Wir haben ja schon viele Duelle bestritten. Und ja, letztens beim Bundesfinale Jugendtrainiert für Olympia konnten wir zum Beispiel gewinnen gegen Schwerin. Ich hoffe, dass dieser positive Punkt da bei meinen Mädels haften geblieben ist und dass es auch dazu führt, dass wir heute erfolgreich sind. Welche Stärken muss man ausspielen, um heute dieses Spiel zu gewinnen? Ja, ich denke, dass es heute natürlich vor allen Dingen auf die Rückraumtorschützen ankommt, aus meiner Sicht. Und dann natürlich, wer den besseren Torhüter hat heute. Also, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Selbe Frage für Fred. Was macht das Spiel heute aus? Wer wird das Spiel am Ende gewinnen? Vielleicht nochmal ergänzend das angesprochene Finale in Rostock. Das waren zwei Spiele. Da hat Schwerin durchaus auch eins gewonnen. Also, das ist möglicherweise auch pari-pari gewesen. Aber das Entscheidende hat dann Neubrandenburg mit einem Tor gewonnen. Ja, ich sehe auch unsere Mannschaften so pari-pari. Und ich denke auch, dass es Nuancen sein werden. Ich sehe Stärken, möglicherweise auch Vorteile unserer Mannschaft im Gegenstoß, im Erzielen einfacher Tore. Wir haben ganz viele schnelle Spielerinnen, die dann auch im Abschluss sicher sind. Das wollen wir in die Waagschale werfen. Und ich denke, dass wir auch wissen, welche Stärken die Neubrandenburger Torhüterinnen haben. Deswegen haben wir uns auch vorgenommen, in ganz bestimmte Ziele vom Tor zu treffen. Ja, dann schauen wir uns gleich mal an, ob das denn auch bei beiden Seiten funktioniert. Ich wünsche euch viel Glück für das Spiel und uns viel Spannung beim Spiel der SV Grün bei Schwerin gegen Fortuna Neubrandenburg. B-Jugend! 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 Ratschne Applaus Die Jungs am Rand sind sehr nervös, aber hochmotiviert, aber jetzt kommt es auf die Mädels an auf dem Spielfeld, Grün-Weiß-Schmerin gegen Fortuna der Brandenburg, die Entscheidung in der B-Jugend steht an. Das ist auch kurze Konfusion auf der Neubrandenburger Bank. Und die Torhüter sollen noch schnell rote Leibchen bekommen. Das ist auch kurze Konfusion. Das ist auch kurze Konfusion. Roten Leibchen von Neubrandenburg, damit dann alle auch richtig unterschieden werden können. Und damit beginnt das Spiel mit dem ersten Angriff von Grün-Weiß-Schmerin. Und Jennifer Kriegsmaill aus dem Rückraum scheitert. Und Aline Brand scheitert ebenfalls an der Torhüterin aus der Brandenburg, die lautstark Unterstützung mitgebracht hat und ihrer Seite jetzt den ersten Angriff starten. Schmerin mit einer Fünfer-Eins-Deckung als eine vorgezogene. Und das Spiel aus der Mitte von Neubrandenburg unterbinden. Und der erste Treffer für Fortuna Neubrandenburg durch Anne Weyer. Ohne wirklich zu springen. Oh, muss ich mich natürlich korrigieren. Der Ball eben von Anne Weyer nicht drin. Der war am Tor vorbei. Habe ich mich täuschen lassen und der schnelle Ball. von Schmerin zu weit. Also nochmal in Ruhe aufbauen. Ball besetzt Fortuna Neubrandenburg. Da merkt man auch die Nervosität im Spiel. Sucht auch Anne Detler. Sicherheit zu bekommen. In der Aufbaumitte. Noch nicht richtig gestellt. Die Schiedsrichter zurückgepfiffen. Und da wusste nicht wohin. Die Schieberiner haben ja gut aufgepasst. Hatte sich Anne Weyer zurückgezogen. Und dann war alles dicht. Schlechter Pass. Nervosität auf beiden Seiten. Die Schiedsrichter haben uneinig. Kalt gesehen. Kurze Absprache. Und dann die Entscheidung. Ballbesitz für Neubrandenburg. Weil eine Schieberiner-Spielerin zuletzt am Ball war. Das habe ich genauso gesehen. Und Anne Weyer erneut mit dem Versuch. Übers Tor. Und Jennifer Kriegsmann. Mit dem zu weiten Pass. Oh, ist das Spiel nervös. Gleich drei Minuten gespielt. 0 zu 0. Maria Clem. Klasse. Anspiel an den Kreis. Aber Schwerin hat gut dichtgemacht. Mänzel und Kriegsmann. Schrittfehler. Von Weyer. richtig gut gefangen. Jetzt aber das Tor für Grönwald-Spielerin. Annika Blick mit dem ersten Treffer zum 1 zu 0. Und das, obwohl sie vor dem Ball nicht richtig fangen konnte. Es könnte jetzt vielleicht etwas Sicherheit geben für das Spiel von Schwerin. Diese Sicherheit muss Neubrandenburg erst finden. Schöne Finte. Und der 7 Meter rausgeholt von Maria Clem. Das hat sie schön gespielt. Schöne Finte. Und die gelbe Karte gegen Anne-Marie Rahn. Auf Schweriner Seite. Und Anne-Marie Rahn. Mit dem 7 Meter gegen der Sina Güdokeit. Sicher verwandelt 1 zu 1. Und Abwehr durch den Kreis. Angezeigt durch die Schiedsrichter. 7 Meter für Grün-Weiß Schwerin. Eileen Brandt. Tritt an. Und verwandelt zum 2-2. Die Position etwas verändert. Marie Clem jetzt auf der Aufbaumitte. Und schön eingespielt. Mit dem 2-2. Die Lücke gefunden. Von Anne-Marie Rahn. Jetzt gewinnt das Spiel hier an Tempo. Aber er wusste nicht wohin. Und jetzt von außen. Dieser Marie Menzel. Keine Chance. Der Winkel zu spitz. Und der Tempo-Gegenstoß von Anne Brandtburg. Schön gespielt. Und das gibt 7 Meter mit Sicherheit. Und gelbe Karte gegen Jennifer Kriegsmann. Und Torwartwechsel. Bei Grün-Weiß Schwerin. Wiebke Dittchen kommt jetzt rein für Sina Güdokeit. Und Clem beim 7 Meter. Sicher verwandelt. Die Führung für Fortuna der Brandtburg. Drei zu zwei. Und wieder der Torwartwechsel. Und Jennifer Kriegsmann. Steigt da hoch. Und versenkt ihn sicher. Im rechten oberen Reck vom Schützenhaus gesehen. Zum 3-2-3. An der Brandtburg filtert die Idee. Schrittfehler. Aber es war auch kein Winkel zum Werfen, wo sie da gegangen wäre. An sich schwer. Und Anne war ja beim Rücklaufen. Holt den Pass. Schön die Lücke gesehen. Aber Anderan kann den Vorstoß von Clem aufhalten. An der Weyer. Und da gibt es die dritte gelbe Karte gegen Grün-Weiß Schwerin. Die letzte Hälfte und diese ersten Hälfte gegen Annika Blick. Und Anne Weyer steigt da hoch und wirft erneut über das Tor. Hier fehlt noch ein wenig das Zielwasser. Und das sollte sie bald bekommen. Das könnte im Spiel noch entscheidend werden. So bleibt es beim 3-2-3. Und das war eine schöne Einzelaktion. Vorne Ines Maria Jeske zum 4-3 für Grün-Weiß Schwerin. Und der Beruf ohne richtige Vorbereitung von Elisa Matschke. Und so jetzt die Chance für Grün-Weiß Schwerin hier zum ersten Mal mit zwei Toren in Führung zu gehen. Auch wenn sie da Glück haben. Annika Blick kriegt den Ball nicht richtig gegriffen. Kriegen trotzdem den Freierwurf zugesprochen. Schlechter Pass. Und Marie Menzel bekommt da den Freierwurf zugesprochen. Ein bisschen Ideen los. Da müssen sie aufpassen, dass sie ein bisschen ein gleich passives Spiel anzeigen. Sie versuchen Ruhe zu bewahren. Und Menzel, spitzer Winkel und Klemm sichert den Ball. Kommt da mit viel Schwung. Und ein Festzug gepackt von Annemarie Rahn. Und Jennifer Kriegsmann hat da was aufs Kimm bekommen. Aber ich denke, das ist gleich wieder gut. So sieht es aus. Sie kann weitermachen. Und so geht es auch weiter. Schwerin jetzt sehr aggressiv in der Deckung. Und die Frucht, dass sie den Ball bekommt. Aber Annika Blick kann den langen Ball nicht holen. Und so muss man erneut Kraft raubend in der Abwehr arbeiten. Das war es, was Fred, der Trainer von Grün-Weiß Schwerin, im Vorfeld ansprach. Dass die schnellen Tempo-Gegenschüsse das Rezept von Schwerin sein sollen. Das könnten sie auch sein. Aber momentan die Pässe, die letzte Konsequenz bei dem Pass, ist nicht vorhanden. Und so kommt man nicht zu der hundertprozentigen leichten Chance. Osina Güdokeit entschärft den Ball von Jasmin Simonait. Und Jennifer Kriegsmann täuscht den Pass an. Steigt dann selber hoch. Und mit 5 zu 3 geht Schwerin hier in Führung. Es gibt die Auszeit für Fortuna Neubrandenburg. Damit wir den Führer ausziehen. Und damit auch in die richtigen Entscheidungen kommen. Hast du gehört. Und bei den 9 Metern musst du hinter den beiden dichter ran. Die Versicherung zu dir ranzukommen. Dass du im Bogen auf die beiden raufläufst. Und dass du nicht jedes Mal gegen die Hand gehst. Wenn du gegen die Hand gehst, musst du rechte Ecke werfen. Versuche aber zur Hand zu kommen. Vom Anlauf her schon. Dichter ran, damit der Anläufer nicht rand läuft. Und dann kommt mit Tempo in den Bogen. Nächste Rang überliegen. Tempo machen. Kommt ihr in die Zeit. So, wir haben also eine erste Reaktion jetzt gesehen. Bei Fortuna Neubrandenburg. Also es gibt einen Torwartwechsel auf Seiten von Fortuna Neubrandenburg. Karolin Nadrowitz geht jetzt ins Tor bei Fortuna Neubrandenburg. Und der Brandenburger Trainer sprach ja auch das an, was er schon vor dem Spiel ansprach. Nämlich, dass er über den Rückraum zum Erfolg kommen will. Anne Weyer, sie soll weit genug zurückkommen, dass da nicht erst einer draufgehen kann. Und da konnte er von Grünwald Sparien landet in den Armen von Fortuna Neubrandenburg. Und Saskia Harder hat da gut reagiert gegen Anne Breuer. Anne Weyer scheitert an Güdo Keit. Pass von Saskia Harder, nicht der Beste, aber setzt sich durch. Menzel, Treffer für Grünwald Schwerin. Dazu Glück meiner Meinung nach. Es gibt noch gelbe Karte gegen die Nummer 14 von Fortuna Neubrandenburg. Jasmin Simonheit. Und das war schön gespielt. Über die linke Angriffsseite. Erfolgreich abgeschlossen von Elisa Maschke. Und das war wichtig für Fortuna Neubrandenburg, um hier im Spiel zu bleiben. Den Rückstand wieder auf zwei Tore zu. Verkürzt. Saskia Harder, schöner Wurf, aber entschärft. Und der lange Ball auf Klemm. Und Breuer mit dem Treffer für Fortuna Neubrandenburg. Und plötzlich ist es nur noch ein Tor vor für Grünwald Schwerin. Schwerin jetzt auch ohne Jennifer Kriegsmann. Dafür Saskia Harder im Spiel. Spiel. Und der Treffer. Für Grünwald Schwerin durch Anne-Maria. Nein, Alin Brandt was? Durch Alin Brandt. 7 zu 5. Es war eigentlich kein Winkel, aus dem man werfen konnte. Aber der Heber hatte genau gepasst in den Pfosten. Und auf der anderen Seite ist er dann im Netz. Und Neubrandenburg reagiert sofort. Und stellt den alten Torhüter wieder rein. Und Anne-Maria scheitert erneut. Die Waffe wirkt nicht. Und auch bei Schwerin. Macht sich die zweite Torhüterin warm. Auch da könnte es zu einem Torwartwechsel kommen. Und sieben Meter jetzt für Grünwald Schwerin. Und gelbe Karte. Gegen Anne-Maria. Und Anne-Maria. An den Brandt wird den sieben Meter wieder ausführen. Und verwandelt sicher zum 8 zu 5. Und Maria Klemm setzt sie ja auf der Lenkenangriffsseite durch. Jetzt hielt das 6 zu 8 aus ihrer Sicht. Sehr aktiv. Rotiert viel. Wechselt viel die Position. Rechts in der Abwehr angesiedelt. Eben auf halb links. Das ist viel Bewegung. Das macht sich schwer ausrechenbar. Anne Breuer kommt da mit zu wenig Schwung. Genau das, was ihr Trainer vorher ansprach. Und jetzt schreit das auch rein mit Tempo rauf. Und genau das fehlt ihr heute. Zumindest bis hierher. 15 Minuten sind gespielt innerhalb der 1. Und jetzt Fuß. Entscheidung und damit Beibesitz für Grünwald Schwerin. Anne-Maria. Freeran. Freiwurf. Gefiffen. Sind die Neubrandenburger nicht ganz so. Meinten, das wären ja Schritte gewesen. Aber natürlich vorher der Angriff. Und deshalb die Schritte abgefiffen. Freiwurf für Grünwald Schwerin. Klein, klein, klein gespielt. Abwurf. Bleibt beim 8 zu 6. Erklärung jetzt schön über außen gespielt. Da muss... Da muss Bleck eigentlich die Hände weglassen. Nicht geahne von den Schiedsrittern. Also doch noch relativ frei zum Wurf kam. Scheiß an Spiel gedacht. Und Fortuna der Brandenburg mit dem Konter. Über Detler. Und Doppeltrippling. Und da... Freut sich der Schiedsritter über Auftrag. Das soll ich mal nennen. Von Grünwald Schwerin. Philipp Fien, dass das gesehen wurde. Und das Tor. Jetzt hat sie sich wehgetan. Anika Bleck mit dem 9 zu 6. Und sie steht wieder. Es geht also weiter für Anika Bleck. Und jetzt kann sie sich auch freuen über das Tor, was sie erzielt hat. Zum 9 zu 6. Anne Breuer diesmal erfolgreich zum 9 zu 7. Aber auch da kam sie nicht richtig mit Schwung. Hat sie nur Glück, dass die Schwerinabwehr überhaupt nicht rausgetreten ist. Sascha Hader scheitert am Doppelblock von der Brandenburg. Haben sich das Spiel ausgeguckt. Und Sina Güdokeit holt den Ball gegen Anne Weyer. Und es bleibt dabei, trotz des Treffers eben, es ist nicht ihr Spiel. Nicht das Spiel von Anne Weyer. Und das tut Neubrandenburg momentan sehr weh. Das ist gar nicht. Er versucht sich da durchzukämpfen. Stürmer Foul entschieden. Und der Ball ist weg. Dann muss er im Kreis nicht mehr berühren. Und jetzt gibt es die Auszeit von Grün-Weiß-Sparin. Meike halb links. Jamie halb rechts. Und der Sina. So, passt auf. Jetzt gehen uns ein bisschen die Ideen aus. Es ist jetzt klein, klein und zu platt. Nach wie vor seit 5 Minuten zu weit rechts. Also springt das Spiel wieder in eine Struktur. In eine Struktur. Anne sagt ganz klare Dinge an. Und wir nutzen beide Seiten. In der Ampe ist das nach wie vor gut. Die Konter starten wir jetzt leider zu wenig. Aber Struktur in Position. Habt ihr es gehört? Ja? Wechsel. Angie. Angie. Wechsel mit Laura. Ja? Weiter ist Friedel. Komm, komm, komm. 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 Und jetzt versuchen wir es mit dem Rückraumspiel. Es kommt also jetzt Maike Schuld. Wurf gewaltig Jennifer Kriegsmann haben wir vorhin schon in Aktion gesehen. Laura Stemmer an den Kreis. Und so muss ich Fortuna Neubrandenburg jetzt mit einem neu geordneten Schmeriner Spiel auseinandersetzen. Maike Schuld wird nicht angegriffen. Toller Wurf. Klasse gehalten. Und Ruth reagiert von Menzel, die den Ball ausgehen lässt. Und damit bleibt es beim Ballbesitz für Grönwein Schwerin. Ja, fester Wand. Sitzt du dicht auf der Abwehr? Jennifer Kriegsmann. Schöne Finte. Laura Stemmer. Und da gibt es den 7 Meter. Und die dritte gelbe Karte für Fortuna Neubrandenburg. Für Annelie Dettler. Und Eileen Brandt wieder beim 7 Meter. Und es wird wohl auch gleich einen Torwartwechsel geben auf Schweriner Seite. Und währenddessen hält die Tochterin von Fortuna Neubrandenburg, die sind 7 Meter. Und sowas kann nicht mehr ein Energieschub sein für eine Mannschaft. Ein sehr klasse gespielt. Dettler mit dem Anschlussstreffer. Wieder schön ins Sinne gesetzt von Marie Klemm. Maria Klemm. So ist es ganz korrekt. Und jetzt der angesprochene Torwartwechsel auf grün-weißer Seite. Diebkir-Dettchen jetzt für Sina Güluk halt. Schwerin nochmal neu aufbauen. Ja, das passiert eigentlich wieder das, was Fred angesprochen hat. Zu viel Klein-Klein. Da wollte Jennifer Kriegsmann mal mit dem Kreuz reagieren. Und jetzt macht sie den Treffer. Nimmt sich ein Herz. Wirft den Ball in die rechte Ecke. Allerdings auch halb hoch. Da hat sie viel Glück. Gut rausgespielt. Ist was anderes. Aber letztendlich zählt der Erfolg. Und er war da, Mike Schult mit der Hand dabei. Ball besetzt für grün-weißer Schwerin. Der Konter, Mike Schult. Überlegt, rübergehoben. 11 zu 8 für grün-weißer Schwerin. Und man geht hier mit großen Schritten in Richtung Pausenführung. Maria Klemm, klasse durchgesetzt. Schöne Finte. Und der Treffer. Zumal 11 zu 9. Jetzt muss Schwerin aufpassen. Passives Spiel. Das sprech ich da an. Da zeigen sie die Schiedsrichter schon. Das Anspiel von Kriegsmann. Schrittfehler. Gefiffen. Und Klemm ist bereits wieder vorn. Und macht den Treffer. 11 zu 10. Und da ist die komfortable Führung wieder dahin. Und dann Brandenburg wieder dran. noch etwa 1,5 Minuten zu spielen hier in der Halbzeit 1. Und Brand scheitert von außen. Die Variante angezeigt. Von der Brandenburg. Schönes Kreisanspiel. Und Breuer gegen 3 holt den Freiwurf. Er muss die Abwehr zurückrücken. Wann sitzt du dich drauf auf den Ball? Und Klem auf Dettler abgefiffen. Und der Breuer mit dem Wurf an den Pfosten. Und Schwerin jetzt wieder mit der Möglichkeit, 10 Sekunden vor Ende der ersten Hälfte hier noch einen zweiten Klopper zu machen. Er muss schnell gestellt werden. Kriegsmann verliert den Ball. Und damit gehen wir in die Halbzeit. 11 zu 10 für Grün-Weiß-Sperin. 20 Sekunden Endes J Endes ! t Aufstieg, aufstieg, aufstieg! So, auf geht's, zweite Halbzeit in der Entscheidungsspiel, Grün-Weiß-Sperin gegen Fortuna der Brandenburg. Da steht der 11 zu 10 für Grün-Weiß-Sperin und wir haben die Halbzeitpause ein bisschen beobachtet. Fortuna der Brandenburg war sehr, sehr früh wieder draußen, haben lange hier gestanden, sich gegenseitig eingesprochen und jetzt scheint das zur Brucht, was in der ersten Halbzeit nicht losging. Hanna Weyer mit dem Treffer zum 11 zu 11, steigt da hoch, ist jetzt erfolgreich. Hat der Trainer in der Halbzeitpause scheinbar ein bisschen Zielwasser locker gemacht. Verliert seinen Ball, die Ines-Marie Eske. Und es ist immer noch zu viel Klein-Klein auf Sparina-Seite. und Laura Stelmer setzt sich sehr gut durch und passives Spiel angezeigt. Und der Wurf von außen, von Menzel. Nichts, da hat sie sich auch ein bisschen wehgetan. Und plötzlich ist hier die Chance der Apfelfortuna der Brandenburg, nachdem er schon mit drei Toren hinten lag, hier in Führung zu gehen. Und das Tor für Fortuna der Brandenburg. Von Elisa Matske zum 12 zu 11. Und damit beginnt die zweite Halbzeit für Grünvers Sparien etwa so ungünstig, wie sie nur hätte beginnen können. Zwei Minuten gespielt, 0 zu 2. Und jetzt muss man hier den Faden finden. Jennifer Kriegsmann, schön über Außen durchgesetzt, scheitert an der Torhüterin. Und der Konter von Neubrandenburg läuft. Maria Klemm bekommt den Freiburf zugesprochen. Das Kreisanspiel nicht gut. Und der Konter von Sparien, das war hervorragend. Die Ecke angeboten von der Neubrandenburger Torhüterin. Und Brand will sie nutzen und es wird nichts. Ballverlust und da ist ein wenig Konfusion ein bisschen paralysiert dann die Spielerin von Grünvers Sparien aus. Neubrandenburg nimmt jetzt etwas den Schwung raus. Hui, ist das Spiel nervös. Und Detler mit dem Treffer zum 13 zu 11 für Fortuna Neubrandenburg. Drei Minuten in der zweiten Hälfte, 0 zu 3. Das ist der Fall. Aber das ist immer noch... Jetzt mal Jennifer Kriegsmann dabei, das war nicht richtig hochgegangen zum Ball. Maria Klemm ist durch und trifft zur ersten Drei-Tore. Führung für Fort Dullan Al-Brandenburg in diesem Spiel. Vier Minuten in der zweiten Hälfte gespielt und es setzt sich fort. 0 zu 4. Versucht man über die Zuschauer etwas ins Spiel zu kommen. Schwerin braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Klasse durchgesetzt. Schönes Tor von Ines Maria Jeske. 12 zu 14. Jetzt kocht die Stimmung ein bisschen hoch. Aber in der Brandenburger hängt es ein bisschen gegen den Schiedsrichter. Das muss nicht sein. Sie sollen sich darauf konzentrieren, die Mädels anzufeuern. Und dann springen Glück, dass sie im Ballbesitz bleiben. Der Schrittfehler von der Brandenburger und dann Freiburg-Gepfiffen für Laura Stämmer. Immer Fangfehler bei Kriegsmann. Man ist nervös. Anne-Marie Rahn. Schön die Lücke gefunden. Sieben Meter und jetzt dürfte es zwei Minuten hinterher geben. Jawohl. Zwei Minuten hinterher. Gegen Anne Breuer. Eileen Brandt zuletzt gescheitert beim sieben Meter. Fünfte Minute jetzt. Fünfter Treffer. Ja. 13, 14. Der sechste Treffer ist es schon in dieser zweiten Halbzeit. Das Spiel also wieder offen. Er schwankt hier hin und her. Laura Stämmer hat gut erahnt. Kann den Ball aber nicht für sich erobern. Neubrandenburg bleibt im Ballbesitz. Und auch bei Neubrandenburg muss jetzt wieder mehr kommen. Zu wenig Bewegung im Spiel. An der Weier. Das war ganz stark geholt. Den Ball von Jeske. Und jetzt lässt sie sich nicht verladen. Eileen Brandt. Wieder hat sie die Ecke angeboten bekommen. Hat lange gewartet, bis die Teuteren sich bewegt. Und dann nimmt sie die andere Ecke. Der Ausgleich. 14 zu 14. Aber zur Hälfte geht dieser Treffer auf den Ballbesitz. Gewinn von Hines Marieske. Das war ganz stark. Spiel mal aggressiv in der Abwehr. Und da pusht sich auch der Torhüter hoch. Sina Güduk halt. Da sieht man sehr aggressiv in der schweren Abwehr. Und das passive Spiel kann ja auch nur noch eine Frage der Zeit sein. Spiel mal sehr gut. Da ist das passive Spiel. Und dann war er aus dem Stand. Zum 14 zu 15. Jennifer Kriegsmann scheitert. Der Pfiff bleibt aus. Und der Konter über Maria Klemm. Tor. 14 zu 16. Und der Brandenburg füllt wieder auf. Und Anne-Marie Rahn findet die Lücke zum 15 zu 16. und die Lücke zum 15 zu 16. Jetzt wird gestellt für Weyer. Sie scheitert am Block und an Sina Güdokeit. Und Schwerin jetzt mit viel Tempo. Und Jeske Stürmerfoul. Jeske bleibt liegen. Clem mit dem Conte nicht zur Halte in der Treffer von Neubrandenburg. Aber jetzt sollten schnell die Auszeit erfolgen. Herr Nieske ist da liegen geblieben. Und da steht sie wieder. Und da steht sie wieder. Ines-Mari-Jeske. Da haben wir uns doch im ersten Moment etwas Sorgen gemacht. Sie blieb doch recht reglos liegen. Aber es geht für sie weiter. Spielstand 15 zu 17. Und Jeske erneut Stürmer. Wird zurückgepfiffen. Es gibt Abwurf. Ballbesitz Fortuna Neubrandenburg. Neun Minuten gespielt in Halbzeit Nummer 2. 15 zu 17. Der Spielstand. Und Weyer. Wieder zu dicht auf der Abwehr, um selbst etwas zu tun. Schwerin weiterhin mit der aggressiven Abwehr. Das ist aber schön freigespielt. Und Güdokeit. Da haben wir den Ball. Und Jennifer Kriegsmann mit dem Ball gewinnt. Laura Stemmer. Und sieben Meter. Und zwei Minuten. Gegen Annelie Detler. Und Torwartwechsel bei Fortuna Neubrandenburg. Karolin Naderowitz. Kommt ins Tor. Und Eileen Brandt. Wird jetzt. Versuchen zu verkürzen. Und sie scheitert. Aber es bleibt mein Ballbesitz für Grünbach Schwerin. Denn der Ball geht ins Seiten auf. Und deshalb gibt es einen Wurf. Also nochmal für Grün-Weiß die Chance hier. Um auf ein Tor zu verkürzen. Der Ball ist weg. Und bei Fortuna Neubrandenburg wieder die Nummer 1 im Tor. Milica. Und Güdokeit mit dem Fuß am Ball. Der Ball springt an die Latte. Aber es gibt sieben Meter. Und Wiebke Detjen. Für diesen sieben Meter. Im Tor. Und sie tritt an. gegen Maria Klemm. Sicher verwandelt. 15-18. Im Wechsel. Im Wechsel. Michael Schult. Kommt jetzt in die Partie. Er soll wohl mehr aus dem Rückraum jetzt kommen. Schön gespielt. Und Eileen Brandt schaltet. Bleibt beim 15-18. Und die Frage nach der Auszeit drängt sich jetzt langsam auf. Die 2 Minuten Strafe. Für den an Brandtburg abgegolten. Die 2 Minuten Strafe. Anne Weyer mit dem Wurf und dem Treffer. Vier Tore Führung für Fortuna Neubrandenburg. 15 zu 19. Und Marie Klemm mit dem Ballgewinn. Aber es gibt Freiburg für Grünbach-Sperin. Vier Tore legt man hinten. Und Mike Schult mit was zu einer Gewalt. Steigt da sehr hoch und setzt ein 16 zu 19. Aber nach der Hälfte der zweiten Halbzeit kann man konstatieren. Vier Tore sind zu wenig für Grünbach-Sperin. Und Anne Weyer am Tor vorbei. Trotz der leichten Steigerung in der zweiten Hälfte ist das nicht das Spiel. Ballverlust, Maria Klemm hat ihn. Jennifer Kriegsmann, zwei Minuten und da hat sie noch Glück. Da hat sie noch Glück. Das war unbeherrscht. Und es gibt sieben Meter. Marie Klemm gegen Sina Güterkeit. Selbe Ecke, genauso sicher. 16 zu 20. Und da hat Fritt Vorfahrt, Trainer von Grünbach-Sperin. Nee, grüne Karte in der Hand. Und Mike Schult. Da haben sie sich doch nochmal schön freigespielt. Aber die Lücke darf natürlich niemals da sein. Da muss die Abwehr mehr verrücken. Von der Brandenburg. Sperin schließe ich in Unterzahl. Aber vielleicht ist es genau die Motivation, die die Speriner brauchten hier. Anne Weyer. Jetzt mal mit Sprung. Und im Treffer. 17 zu 21. Und Auszeit von Grünbach-Sperin. Grundsätzlich Struktur. Achtung, Struktur. Es ist zu viel Hasenhand. Lasst auch mit Unterzahl den Ball durchlaufen. Von links nach rechts. Nehmt den Druck auf. Gegenbewegung. Und schon sind wir gar nicht mehr in Unterzahl. Also Abschluss über eine Außenseite. Stoßen, Stoßen, Gegenbewegung. Da haben wir Gleichstand. Lücke ist auf alle Fälle da. Abschluss. Ein bisschen Zeit noch nehmen. Wir sind ja in Unterzahl. Aber kein Zeitspiel riskiert. Deckung muss wieder aggressiver arbeiten. Zu wenig Blockarbeit. Torhüterin muss großen keinen. Sie müssen ruhig bleiben. Wir sollen gestopft werden. Wir sollen gestopft werden. Wir sind gestopft. Ja, Fred wiederholt sich eigentlich. Es muss mehr Struktur ins Spiel. Kein Hasenhandball. Wie er sagt. Also nicht so sehr das 1 gegen 1. Man bezeichnet ja gerne das Manndeckungsspiel als Hasenhandball. Jetzt müssen wir gehen weiter in Unterzahl. Sie sollen durchspielen. Sich die Lücken suchen. Gegenbewegung. Und dann wäre man ja gar nicht mehr in Unterzahl. So einfach. Ist das mit Worten. Und. Wir gucken uns an wie erfolgreich das auf der Platte ist. Ja, schön gestellt. Ja, von Maike Schult macht die Lücke auf. Für Jeske. Dann geht keiner zum Ball. Aber jetzt ist die Unterzahl ausgespielt. Und Jennifer Kriegmann kehrt zurück auf die Platte. Zeitspiel angezeigt. Und Kriegsmann scheitert erneut. Und Marie Klemm ist wieder vorne weg. Da geht keiner mit. Ist keiner da. Und sie macht. Mit Rabatt zum 17 zu 22. Maike Schult. Schrittfehler. Die Lücke gesehen, aber das Prellen vergessen. Und jetzt wird es langsam eng. Neun Minuten noch zu spielen. Fünf Tore. Aggressivär die Abwehr. Auch das war das etwas, was Fred gesagt hat. Sehe ich hier noch nicht. Und Breuer. Weyer. Breuer. Äh, sitzt. Steht da in der Mitte. Weibesitz für Grün-Weiß-Sperin. Und so langsam müssen sie treffen. Das tut sich keine Lücke auf. Tut sich da sehr schwer. Aber es ist auch nicht genug Bewegung im Spiel. Sie kommen nicht mit genug Schwung. Und Kriegsmann mit Glück. Posten Torwart und Tor. 18 zu 22. Aber da ist zu wenig drin. Und Ball besitzt Grün-Weiß-Sperin. Und der Treffer. Durch Annika Bleg. 19 zu 22. Auch weil es ein leichter Ballbesitz war. Genau das hat der Trainer gefordert. Den Ball in der Abwehr. Holen. Und dann muss man vorne die leichten Tore machen. Noch drei. 19 zu 22. Und sie hat sich mit einer Klassenparade. Und Sina Güdokeit mit einer Klassenparade. Und Kriegsmann. Und Kriegsmann. Und Kriegsmann. ist wieder auf dem Kuss. Und die Kuss. Und die Kuss. Und die Kuss. Und die Kuss. Und Jennifer Grieckmann ist wieder auf den Beinen. Noch 6,5 Minuten. 19 zu 22. Er hat Schwerin der Züllen zugestellt, er weiß nicht wohin und geht einfach selbst. Gut gelöst von Annelie Dädler. Torwartwechsel. Und für den 7-Meter-Biebke Dietjen. Geht jetzt ins Tor und so wie es aussieht, bleibt sie das auch. Maria Klemm. Andere Seite, aber genauso sicher. Und dann doch wieder der Torwartwechsel. Leek mit dem Versuch. Es bleibt beim 19 zu 23. Geht's mal mit dem gewollten Kreis anspielen, wusste nicht wohin. Ballverlust. Gut gelöst von Fortuna in Brandenburg. 5,5 noch. Und die Chance, jetzt hier mit 5 Toren wegzuziehen. War ja klar zu Kreis anspielen auf Breuer. Und 7 Meter. Und Maria Klemm. Jetzt wieder gegen Sina Güdokeit. Und er ist drin. Diesmal wieder rechts von der Schützin ausgesehen. 19,24 und die Schweriner Bank schwimmt. Zieht die Fälle davon schwimmen. Ballbesitz von der Brandenburg. Ich konnte nicht genau sehen, warum. Aber das ist jetzt auch nicht entscheidend. 5 Tore, 4,5 Minuten. Fortuna in Brandenburg auf dem Weg zur Landesmeisterschaft. Schön aus, rausgespielt. Und Sina Güdokeit. Jetzt muss es schnell gehen für Schwerin. Arlene Brandt verliert er fast den Ball. Schrittfehler. Ja, und jetzt hört man die alle lautstark mitmachen. Das sind nicht die Schweriner, das sind die mitgepreisten Neubrandenburg. Und das hat recht. Ihre Mannschaft hat eine starke zweite Halbzeit gespielt. Führt hier verdient mit fünf Treffern gegen Schwerin. Und fällt damit eine Vorentscheidung in der Landesmeisterschaft. Und wer hier in Schwerin so gewinnt, auch wenn es noch nicht durch ist, das verdient Jennifer Kriegsmann. Symbolisch für das ganze Spiel. Von Schwerin und jetzt spielen wir mit dem Andeckung. Bei Schwerin, Breuer gegen Schult. Sieben Meter. Und Neubrandenburg klatscht schon ab. Auf dem Feld. Maria Clem. Sicher vom Siebemeter bisher. Und auch diesmal. 19, 25 und so langsam wird sie Ihnen auch auf dem Spielfeld klaren. Das müsste schon mit dem Teufel zugehen. Klasse Paar. Salim Brandt. Vorbei am Tor. Bewege ohne Ball. Genau das ist das Rezept. Beim Andeckung. Und Weyer scheitert an Güdo Kite. Wenn er da den Ball aufnimmt. Zwei Minuten sind es noch. Das war, wird viel über sich gespielt. Und das, nein, nicht das Tor für Neubrandenburg. Aber sie sind da, gibt es keiner dran. Der Ball fliegt an den Pfosten. Jennifer Kriegsmann an die Latte. Und Jennifer Kriegsmann scheitert erneut. Danke schön. Guter Ball gewinnen und der Ballverlust sofort wieder. Und jetzt gibt es zwei Minuten. Einmal gegen Annika Bleck und einmal gegen Jasmin Simoneid. Und jetzt gehen wir hier in die letzte Minute mit einem Spieler weniger auf jeder Seite. Und dem feiernden Fortuna Neubrandenburg. Klasse gespielt. Breuer, Latte. Und Harder hat den Ball. Gibt ihn wieder her. Kriegsmann auf Schuld. Und auch der Ball ist vorbei. Und die Abschlussschwäche muss sich Schmarin definitiv ankreiden lassen. Die Chancen waren durchaus gegeben. Und Breuer mit dem Treffer. Und da kannst du noch so hart gefallen sein. In dem Moment brauchst du keinen Kühlblatt mehr. Voller Adrenalin. 20 Sekunden vor dem Ende. 19, 26. 20 Sekunden. Fangfehler. Jetzt sind es noch acht Sekunden. Vielleicht noch ein Angriff. Michael Scholl vielleicht noch mal. Nein. Das war's. Fortuna Neubrandenburg siegt. In der Reifemannhalle gegen Grönwald-Speren. Mit 26,, 19. Nein. Es ist noch nicht vorbei. Es gibt noch mal einen direkten Freiwurf. Aber mehr. Als ein Tor kann man damit auch nicht werfen. Und bei sieben Toren Rückstand ist es auch nicht mehr. Jetzt gibt es auch noch mal Gelb gegen die Bank. Regeltechnisch sicherlich in Ordnung, aber es interessiert jetzt niemanden mehr hier. Und Maike Schult legt den Ball ab und gratuliert für Fortuna Neubrandenburg. Siegt 26-19 gegen Grönwald-Sperin und übernimmt die Führung in der Oberliga. Mecklenburg-Vorpommern und das hier und heute völlig verdient. Ich habe da mit den beiden Anfassen mit geg nadie. Ich habe die Infos überprüft, aber auch noch nicht wo vor. Neub Roche. Man schickt 3-4. Untertitelung des ZDF für funk, 2017